Ich, Wolfgang Rademacher, helfe Ihnen auf der www.erfolgsonline.de zu der Einstellung des Niemals aufgeben. Bleiben Sie stark! Kaufe doch Deine Schulden. Hier stelle ich Ihnen ein raffiniertes, geniales System vor, mit dem Sie Ihre Schulden bereinigen können. Mit diesen pfiffigen Methoden werden Sie Ihre Schulden um geradezu artenberaubende Größenordnungen reduzieren. Im Idealfall sogar um sage und schreibe 95 Prozent. Und dabei spielt es keine Rolle, bis vielleicht auf das Finanzamt, bei dem Sie Ihre offenen Verbindlichkeiten zu bedienen haben. Stellen Sie sich einmal vor, Sie haben 40.000 Euro Schulden, einschließlich Zinsen, Gerichtsaufwand, Vollstreckungsgebühren und alle zusätzlichen Kosten, die so zu Schulden gehören. Und zwar bei irgendeinem Geldeintreiber. Jetzt kaufen Sie Ihrem Geldverleiher unbekannt diese Schulden plus Nebenkosten ab. Einfach, indem Sie ihm über Strohmänner einen Betrag zwischen 2.000 und 6.000 Euro für Ihre Schulden auf den Tresenblättern. Rechnen Sie nach. Das sind bestenfalls 5 und schlimmstenfalls 15 Prozent der eigentlichen Schuldzumme. Wenn Sie diese relativ geringen finanziellen Mittel aufbringen, sind Sie anschließend schuldenfrei. und Sie können vielleicht sind Sie die